Ich mache wieder eine Tierrunde und hier sehen wir die Jungs, das ist eine Jungsgruppe, zwölf Stück, die sind so neun bis zwölf Monate alt, fühlen sich prudewohl und sind auch von Natur aus neugierig, kommen dann auch, wenn ich hier am Gatter bin, begrüßen mich und ich habe natürlich auch ein bisschen Leckerli mit und dann freuen sich, wenn sie Besuch kriegen von mir oder von meinen Mitarbeitern.